Ladies and Gentlemen, ihr seid ihr herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Sino, obwohl ich gar nicht aufnehme, mit der Alice und dem Marin. Hallo. 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 Na ihr? Na du? Ihr seid ihr. Ich kann hier übrigens nichts mehr aufheben, gerade merke ich. Aha. Oh, jetzt kommen schon die Fliegen an, hier. Die den Bullen befliegen. Alice, wo bist du? Bist du immer noch in dem Tier drin? Ah. Alice macht gerade, ich bin gerade irgendwie weggeglitscht. Alice hat Spaß mit dem Bullen gerade gehabt. Oh, der hat aber... Oh. Ja, normale Männer reichen ihr halt nicht, ne? Also das Löchlein ist auch... Du hast das gleiche an wie ich. Ja, warte mal, ich versuche mal die Waffe reinzustecken. Oh, Alter. Ist die Waffe drin? Oh, Alter, bitte. Okay, es tut mir leid. Es ist nicht meine Aufnahme, es ist die Aufnahme vom Sino. Ich synchronisiere nur nach. Und... Ja, darum ist es auch auf deinem Kanal, ne? Ja, natürlich. Okay. Ich laufe, ich laufe einfach. Ich kreise mir einfach zu. Ja, wenn... Also, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn die Entwickler das schon so detailliert darstellen, dass das Tier so detailliert aussieht, dann muss man das auch würdigen. Würdigen. Ne? Detailliert. Detailliert. Das soll ja auch, ne? Das soll ja auch alles so echt wirken hier in dem Spiel. Ich bin absolut schockiert von Martin gerade. Also wirklich ohne Scheiße, ne? Also... Wen meinst du genau? Maddins Spielwiese? Ja. Den. Genau den. Warum? Warum? Also, ich hab oben die Stadt schon gelootet, ne? Ich bin, äh, hab die Police Station abgecheckt, gerade in der Schule. Alles ohne uns. Alles ohne uns. Jetzt gehen wir zum großen Airfield. Wenn, wenn ihr da 15 Minuten in dieser Kuh rumgestochert habt, dann ist das gut. Nein, ich hab nicht gestochert, ich bin drinnen gelegen, okay? Ich konnte nichts dafür. Alice, was machst du jetzt hier? Was? Komm raus da, was machst du denn da? Nein, ich laufe weg von dir. Warum? Das ist eklig. Du stinkst nach Kuh. Meine Waffe stinkt nur. Das heißt, wenn ich... Du stinkst nach Kuh, Alice. Du stinkst nach A-A, geh weg. Ist ja der Nächsten, den ich erschieße, der kriegt so ein bisschen Kuh mit ab, ne? Und ist hier mein Kaka. Wo seid ihr hier? Ja, ich komm hoch in die Stadt. Welche Stadt denn? Da die Stadt. Ach, da oben rennt sie. So, ob ich auf die Entfernung treffe? Der hat ne Blaze, ne? K-K-O-O. U-I-O-A-A-Thing-Thing-Thing-Wada-Wada-Wing-Deng. Ja, man könnte treffen eigentlich. Ich hab immer noch sehen, wie weit die Range ist von dem Ding. Nein. Irgendwie kommt mir vorher diese Server-Nachrichtung. Da oben rennt einer. Oder? Ah! Wow. Alter Falter. Wie ist du, warnt sie nicht? Hä? Warnt sie nicht? Gut. Äh? Komm's mal. Der Server lenkt ein bisschen, oder? Du lenkst. Ja. Ach, da unten haben wir wieder diese ekelhafte Werbung von Alice. Wir sind immer noch auf dem Community-Server. Wer ist hier ekelhaft, hä? Wer hat der... Streamerin aus Leidenschaft. Ich liebe so ein Kitsch-Roman hier. Überall nur Werbung von ihr drin. Mi, 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 mi. Heul doch. Wow. Wer schießt? Wer schießt? Das war eine Magnum, ne? Willst du eigentlich einen selbst gebastelten Rucksack haben, Madi? Wieso? Hast du was Besseres gefunden? Nein. Ich würde dir einen machen. Ach so. Ja, das wäre cool. Ich würde es dir besorgen. Ich besorge es dir. Läge eigentlich jetzt nur ich oder auch ihr? Ich lege nicht. Hey, ich rede nicht von FPS. Ich rede wirklich von Delay. Nö, das geht. Ich würde sagen, wir rennen zum großen R-Filter. Da haben wir mehr Chancen, noch mehr Leute zu treffen. Zack, zack. Und da kriegen wir vor allen Dingen auch... Hier, hier, hier. Mann, bin ich lieb. Sag es. Ja, du bist lieb. Du bist voll scheiße. Sag es. Ach so. Du bist lieb. Du bist lieb. Wir haben ja schon in der ersten Folge jetzt, also in der letzten Folge quasi, wo wir auf dem Community Server aufgenommen haben, haben wir ja schon den ersten Spieler getroffen. Das wird... Der war wahrscheinlich ein Viewer auch gewesen sein. Ja. Ja, lass uns mal nicht hier reingehen. Ich denke, du hast die Stadt schon... Ja, hab ich auch. Ja, dann rennen wir jetzt hier. Warum wir nicht durchrennen? Aber ihr leckt bei mir gerade wie... Warum ist hier noch zu? Also, die Stadt ist bei mir gerade echt Durchfall. Von den Frames her. Also, ich hab 24, ne? So, ich hab... Aber nee, dann laufen wir gleich weiter. Dann laufen wir zum Airfield. Müssen wir hier hoch, wa? Ja. Hast du... Für die AK hat jetzt keiner einen Aufsatz gefunden, oder? Nein. Ähm, Alice, du hast auch einen Intel, ne? Ja. Das ist wohl wahrscheinlich echt der Unterschied. Das ist eigentlich traurig. Weil die Grafikkarte scheint hier gar nicht so viel auszumachen, irgendwie. Nee, so spät ist der Prozessor lastig. Naja, aber ich hab ja wie gesagt 8x 3,5 Gigahertz. Das ist nicht wenig. Es liegt ja nicht daran, dass der Prozessor scheiße ist. Äh... Es liegt daran, dass es nicht optimiert ist wie AMD. Ja. Das glaube ich langsam auch. Und die Grafikkarte haut's ja auch nicht raus. Ich glaube, die hat... Die hat Ferien gerade, die Grafikkarte. Ich glaube, die langweilt sich. Weil ich hatte bei dem Spiel immer eine CPU-Auslastung von nur wenigen Prozent. Also das wird nicht mal gefordert, die CPU. Als wenn die falsch angesprochen wird, ich weiß ja nicht. Ah. Ja, das spricht natürlich der Fachmann. Ist gerade ziemlich langweilig. Hat die Schnauze. Oh, das war ein bisschen sehr... Das kleine Krankenhaus, warst du da schon drin? Nein. Ich gebe mich jetzt hier hin. Einer von euch geht zum Krankenhaus, der andere geht zum... Packen in den Hof. Nein, zum... Äh... Aber ich muss gerade nicht. ...gear stand. Dann press es raus. Probier's. Ich bin im Krankenhaus jetzt, auf jeden Fall. Ähm, weil ich join einmal neu, weil ich hab hier mega die Latenzprobleme, ich weiß auch nicht. Die Potenzprobleme. Hast du mit Lattenprobleme? Ja, ich hab mit meiner Latte Probleme. Ich sag Lattenprobleme. Und... Und Martin... Naja, lassen wir das. Ihr seid so albern. Martin hat auch manchmal mit seiner Latte Probleme. Es hat alles, ne? Ach, das juckt mich nicht. Ähm, spawning in 6... Okay? Dat juckt mir nicht. Wat... Wat ist okay? Kann sein, dass ich tot bin. Wieso? Weil ich spawning in 30 Sekunden habe. Ja, das ist normal. Wenn du raus gehst und wieder neu joints, hast du immer 30 Sekunden. Jetzt lass mich, gleich still. Danke. Du alter Profi, du. Ey, du alter Koti, du. Oh. Die scheiß Tür. Die scheiß Tür. Ich hab die angeklickt, dass die zugehen soll. Das gibt's ja gar nicht. Ah. Also ich fau hinten zum Deer Stand. Und dann rennt er einfach aus der Stadt weiter gerade aus. Der Deer Stand? Wo ist der Deer Stand? Ich weiß, wo das ist. Kennst du da hinten? Ich glaube. Bist du drin, Sino? Nein, ich bin draußen. Also ja, ich bin drin. Ich laufe. Ich hab doch gedacht, ich laufe zum Deer Stand. Hauf auf mich zu aimen, sonst dreh ich mich um und schieb's in die Fresse. Fresse. Wer macht denn das? Lauft mir eine Kantine? Nein, nein, ja. Ist die gefüllt? Ja, ein bisschen. Ich wollt's grad sagen. Ihr seid doch scheiße. Nee, Hippie. Ihr widert mich alle so an, halt. Martin ist so neidisch, dass er nicht die ganze zu guten Ideen hat, wie wir gerade. Es sind wirklich 60% drin. Also, was war's da jetzt? Ich wollt grad sagen, 60% Pipi oder haben wir's? Ah, ich krieg schon wieder Bauchweh. Vorhin ist er noch fast an so einem Haribo erstickt, weißt? Wo, wo läufst du eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Ja, ich nervt. Du folgst mir ja blind. Naja, ich muss dich ja fragen, wo du hinfährst. Und dafür kommst du jetzt extra zu mir? Ja. Weil wir uns ja so im TS nicht verstehen. Du musst neben mir stehen. Naja, aber sonst weißt du ja wieder nicht, wo du hin musst. Du hast ja eine Orientierung wie ein Tumos. Ah. Oh Gott, der wird mich gleich so hassen. Einfach die Straße hoch, Leute. Ich hasse dich nicht. Ich ignoriere dich. Ich habe nicht mal Elan, dich zu hassen. Tino? Die Straße hoch, ja. Bist du schon... Achso, du warst schon im D-Stand? Ja. Okay. Einfach die Straße hoch. Wer wollte jetzt die Kantine haben? Ich. Wo seid ihr? Ich weiß nicht. Da hinten soll ich doch zwei Mann laufen. Nein, verrat's doch nicht, Mann. Warum hast du eigentlich ne Skieranzug an? Ich weiß nicht. Hört er wirklich an, ne? Ja. Wo ist Martin? Ich dachte erst, das ist ein Bug. Ja, ich auch. Ich denke, was ist das? Und Alice, dann musst du mir Zeichen geben vorher. Zum Beispiel kannst du mir das sagen. Ich will jetzt Sino verfolgen. Oh, er ist ja auch im TS. Äh, ja. Aber ich war doch zu weit weg. Achso, ja stimmt. Genau, dann kann man uns nicht hören. Bist echt gut getan, Sino. Ähm, danke. Jetzt lasst uns endlich zum Airfield, verdammt, Alter. Jetzt brauchen wir wieder sechs Folgen, um da hinzukommen. Ich pitte dich. Sieben. Nicht sechs. Bindeslimz. Ich bin jetzt lieber still. Dislikes incoming. Ich hab mir gedacht, weil ich schwarzer Mann bin, muss ich einen weißen Anzug anhaben. Das gibt dann irgendwann braun. Irgendwann. Wenn du schwitzt, oder was? Ja. Oder wenn's regnet. Du hast voll die schöne Maske auf, Adels. Danke. Ich möchte die haben. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Ein Bandela kannst du haben. Guck mal, ich hab ein Bandela mit dir, warte? Hier. Ich hab aber Helm. Egal. Funktioniert doch trotzdem. Nur weil ich schwarzer bin, soll ich einen Bandela tragen? Und dann sieht das auch noch gut aus? Ja. Das Spiel ist so rassistisch. Das Bandela sieht, glaube ich, echt nur beim schwarzen Charakter gut aus. Oder, Buddy? Guck mal. Aber ich denke mal, wir werden das wirklich so machen, wenn wir hier Aufnahmen machen, werden wir das vorher auf den Facebook-Seiten. Ich denke mal, wir werden es auf jeder Seite einfach ankündigen. Und, halt die Schnauze. Ja, alle links sind unten in der Beschreibung, ne? Also wirklich alles, auch vom Server. Alles ist da drin. Dann müsst ihr halt nur drauf achten, wann wir Aufnahmen machen. Und dann habt ihr die Chance, uns zu hunten. Quasi zu gucken, wo wir dann sind. Ich denke mal, Alice und ich haben das ja so gewickt, du fängst ja auch bald an mit dem Stream. Aber du machst das nur ganz selten. Aber wir haben das ja jetzt so gelegt, dass wir die ganze Woche überblenden. Montags ist Alice, dienstags bin ich. Mittwochs ist Alice, daunerstags bin ich. Freitags ist Alice. Und Samstag und Sonntag hab auch ich. Das heißt, am jeden Tag wird sowieso gestreamt oder so. Und wenn ihr uns dann spielen seht, dann fragt am besten einfach mal nach wegen der Aufnahme. Vielleicht können wir euch dann schon was sagen, wann das dann sein wird. Aber wir wissen, wir versuchen das auch ein bisschen vorher zu planen. Ich meine, wir haben das gestern abgesprochen, dass wir heute aufnehmen, ne? Ja. Ja, so einen Tag vorher, denke ich dann. Und dann können wir euch Bescheid sagen. Und ja, die Facebook-Seiten sind da halt echt wichtig, ne? Also, dass ihr die Seiten einfach geliked habt, um da auf dem Laufenden zu bleiben, weil... Man hat ja gesehen, so, wir hatten direkt einen jetzt hier in der Aufnahme. So, ich denke mir, der wird sich gefreut haben, dass der eine Kugel von mir in den Arsch bekommen hat. Liegt jetzt gerade im Krankenhaus hier in Czerno. Holt sich die Kugel aus dem Arsch und denke, boah, die war von Sino, ey. Das war schön, ey. Lässt sich von nicht vorhandenen Zombies anknabbern. Hey, da. In Czerno. Ey, es gibt 50 Zombies in Daisy, ja? Ja, immerhin. Immerhin. Ist eigentlich zu Hause, wenn einer steht, aber ist keiner. 50, ja? Ja. Und wo finden wir diese 50? Also, wir haben... Wir machen ein neues Spiel draus. Such den Zombie. Wir haben letztens in 10 Stunden Streamen, haben wir zwei Zombies gefunden. Oh. Na, gut versteckt. In einer Stadt. Nein, hey. Immerhin, oder? Ja, ist eine gute Quote. Ja, viele denken ja, dass Daisy, dass sie für Zombie steht, aber dass sie steht einfach für Zero. Ich glaube, wir haben Martin verloren. Nö, ich bin auch hinter euch. Ich sehe euch noch. Ja, okay. Ich bin ja auch gut getarnt, ne? Also wie gesagt, ich denke mal, beim nächsten Mal dürften noch mehr Leute drauf sein. Das dürfte auf jeden Fall spaßig werden, weil die meisten von euch werden das Spiel auch haben. Gehe ich mal stark von aus. Ja. Direkt vorne weg. Wir nehmen immer drei Folgen auf und laden dann hoch und... Also die zwei nehmen auf. Ich nehme ja nicht mehr auf hier, Daisy. Boah, ich bin gerade so weggeglitscht, ne? I need a drink. Ähm, da war gerade ein Teich. Ja, da bin ich dran vorbei jetzt. Hier ist auch Wasser. Oder? Ne, das ist eine Mauer. Die Mauer-Ex-Tour war nicht gelacht. Ah, schratter. Arschwasser. Ach, ekelhaft, ey. Ne, ähm, wir brauchen nicht denken, wenn wir jetzt zum Beispiel die zweite Folge hier, äh, eine Aufnahmesession hochgeladen haben und sagen, okay, wir machen morgen wieder Aufnahme nach dem Motto so, ich gucke, wo die das letzte Mal waren und dann renne ich da hin. Serverdown? Ne, ich habe hier keine Meldung. Okay. Ja, mein Daisy, haut's raus. Ähm, auf jeden Fall, das braucht ihr nicht denken. Ähm, einfach aus dem folgenden Grund, weil wir könnten dann schon noch eine dritte Folge aufgenommen haben. Dann sind wir schon mal ganz woanders. Also geht nicht danach. Spielt einfach ganz normal dann auf dem Server und hofft einfach, dass ihr uns dann findet. Genau. Nachher seid ihr enttäuscht, wenn ihr uns dann, äh, suchen wolltet und nicht gefunden habt, weißt? Inno kicked off BattleEye. Ja. Hier, ich habe es zu trinken für dich. Ach, geil. Das ist natürlich, äh, ganz schön. Gefüllt, Alice? Warum sind da jetzt 100%? Weil das die zweite Folge, die ich hatte. Ja, ja, die erste, weißt du, 60 und jetzt auf einmal hat die 100. Empty Wuzzle. Ich kann die taken. Also wie ihr hört, wenn ihr auf den Server kommt, könnt ihr auch Alice Pipi trinken. Alice Pipi. Ja. Okay, dann vergive away im Stream. Woher habe ich 3 Millionen Zuschauer? Und mein Chat ist nur noch japanisch. Ah, das macht. Okay, das war ein bisschen rassistisch. Alice Sun. Alice Sun. Du trinken Pi? Alice Sun, trinken Pi. Ja, du bist rausgeflogen, ne? Ja, ich habe dir gesagt, dass du meine Wessel behalten darfst. Was für eine Wessel? Antin, meins. Die, die du gerade in deine, in deine Popo gesteckt hast. Das musst du mir erstmal beweisen. Die, die so schön hart gepriegelt in meinen Bauch. Wir haben, wenn du die da wirklich untergebracht hast. Ich fülle sie gerade wieder auf. Lauf, wir wollen sie nicht laufen. Hallo? Ja. Achso, du bist nicht wieder hier drin, oder? Hi. Oh doch. Ich wollte ihn gerade looten. Ich wollte gerade sagen, ähm, Martin, lass mal... Also Martin schwebt gerade im Moodwalk über die Wiese bei mir? Ja. So, sind wir nur... Sind wir nur mal da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Glaub ich nein, Harp. Nee, wie war das? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Lass dich. Ich hatte ja auch erst überlegt, das Game hier mit Cam aufzunehmen, aber... Ich glaube, dann sind meine Frames so niedrig. Da. Nein, Martin hat einfach ein niedriges Selbstbewusstsein. Ja, das stimmt wirklich. Ich muss hier nur mal sagen, wie hübsch er heute ist, und dann geht er erst raus. Weil ich so schön widerlich aussehe. Du bist ein wütiges Mädchen. Hey, ich stehe kurz vor der Umwandlung, ja? Er wird mich bald zuhassen. Tut mir leid, Martin. Was? Ähm, wir wollen jetzt hier nicht looten, oder? Sondern einfach weiterlaufen. Ja. Ja, ich würde auch sagen, ne? Weißt du, Martin, der Einzige, der in den Haus reinrennt, so... Ja. Ich war da gar nicht drin. Jetzt kannst du mir... Hast du Videobeweis, dass ich im Haus war? Alice? Ja? Hast du's? Ja. Ja, und meine eigene Folge, weißt du? Nein. Ja, das nimmst du auf, weil sonst haben wir kein Video. Von mir ist es dann auf einmal, wie ich vor der Haustür so Cut, und dann nach der Haustür hast du einen Beweis. So einen riesen Cut, halt. Das ist so ein Macke, Alter. Das ist so geil. So ein Black Screen, ich bin nicht im Haus. Ich bin eh zu faul dafür, also denkt euch das, dass ich das mache. Muss ich den, den Wazzle aufwazzeln? Ja, aber nicht mit Pipi. Doch. Auch nicht mit Kaka. Mit Pipi. Mit Kaka. Und was ist mit Pima? Das ist Pima. Das weiß ich auch noch nicht. Irgendwas ekelhaftes. Okay. Erzählt ihr mir eine nächste Folge, wenn es wieder heißt, let's play it easy. Ich bin ja vorbei. Der Mann hat ihn doch in einen Quatsch, bist du behindert. So. Hier, 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 hier. Wo ist die Ehrefield? Was passiert, wenn man da drauf schießt? Explodiert das? Warte mal, bleib mal so seitwärts stehen. Bleib mal so stehen. Explodiert das? Soll ich mal ausprobieren? Nee, Alice, ich will nicht durch dich durchschießen. Bleib mal so wieder seitwärts stehen. Ach, du bist ja ein Spielverleger. Okay, warte. Warte, warte, nicht, nicht bewegen. Passiert nix. Geht durch die Kugel. Schlägt die überhaupt ein? Ja, okay. Gut. Ah, das ist auch getestet. Wir sehen wieder purer Realismus hier in der EZ. Da ist gar kein Sprit mehr drin. Aua. Aua. Wir müssen ja ankündigen, dass wir da sind. Ist das nicht da unten schon irgendwo, dass... ... Ehrefield? Nein, das ist ja noch voll weit. Oh Gott. Ja, aber ich glaube, an diesen Hotspots, wie gesagt, haben wir die Chance dann... ...Viewer zu treffen. Oh Gott, hab ich lange gebraucht jetzt für dieses Wort. Wir müssen ja auch hier so laufen. Ich wollt grad Schüler sagen. Komme ich auf Schüler? Unsere kleinen Padawans. Also, Sino redet gar nicht mehr? Er hat sein Mikrofon wieder nicht entmutet und checkt's nicht. Ähm, nein, also... ... redet auch nicht die ganze Zeit, also... Nein. Ja, ist ja doof, ne? Wo seid ihr? Erstens, what the fuck, hast du gerade echt gefragt, ob da unten das Erfield ist? Und zweitens, du solltest hier links abbiegen durch das Waldstück. Das hat mir keiner gesagt. Hab ich dreimal, aber ich war... Ja, du hast deinen Ton ausgehabt, du. Ja, ich war halt grad in der Selbstfindephase, weißt du? Wo seid ihr denn jetzt? Ähm, wir sind... Warte. Hier. Wollte ich grad machen. Ja. Hab ich mega erschrocken. Hab mir eingekackt. Hörst du's? Jetzt ist deine Hose wenigstens ein bisschen braun. Ich hör nix. Hörst du das? Hier ist diese kleine Scheune. Ach, da bist du, ja. Alles klar. Wollte ich hab, äh, wo du da vor dem Haus standst, Martin, ne? Das war so fucking knapp, die Kugel, ne? Die ist sooo knapp an dir vorbeigeflogen, Alter. Das wär das so gewesen. Ich bin da ganz entspannt. Äh, Schwester? Naja auch. Alice hätte mich gerecht, ne? Ach ja, übrigens, guck mal. Absolut. Siehst du, wie der Revolver da vorne drin hängt? Ja. Hab ich auch. Ich hab da auch was drin hängen bei mir vorne. Das hast du von mir und Nadine hat's auch von mir. Ich hab's gar nicht von dir. Ich auch nicht. Schon nicht ganz dicht. Also, hast du Beweise dafür? Ja. Echt? Verdammt, nein, da haben wir noch nicht aufgenommen. Natürlich haben wir da leider noch nicht aufgenommen. Aber ich hab nen Zeugen. Den du manipuliert hast. Den kannst du bezeugen. Also, ich find' ja nicht, dass ein Viewer von dir als Zeuge gilt, ne? Weil das ist ja Manipulation. Ente gilt als Zeuge. Echt? Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Aber es ist Ente. Ja. Ja. Ente, was sagst du dazu? Die Ente hat gesprochen. Den geht's dir gut? Was ist das bloß wieder für ne Stadt hier, ey? Das ist ne kleine Stadt. Frame Leg City. Und dann? MZ jetzt neu mit den Frames, die so Zero sind, dass selbst die Cola Zero neidisch wird. Ja, ihr überweist wegen der Werbung jetzt nicht. Oh, danke Alice, du hast mir das abgenommen. Mir fällt mir dazu ein. Fand wir hier nicht lustig? Ich wollt' nicht mal das machen. Ich fand dieses auch mega anstrengend gerade. Das war mir halt zu anstrengend. Okay, kannst du mal aufhören, hier so rumzustellen, bitte? Sie macht gerade den Ah. Ah. Ja. Das macht es nicht besser, Sino. Nein. Oh, was ist das? Vogelschutzgebiet? Ja, wisst ihr, wisst ihr was? Fickt euch einfach. Okay. Hier gibt's bedrohte Vögel. Es stand da auf dem Schild gerade drauf. Wir sind im Nationalpark. Da steht Devil's Castle drauf. Ja, das hab ich doch wohl gesagt. Können wir das nicht irgendwie umlaufen oder so? Der schnellste Weg ist, wenn wir drüber durchlaufen. Oh, so. Er jüt. Drüber durchlaufen ist auch geil, ne? Ja. Oder wir könnten was probieren, aber ich weiß nicht, ob das wirklich schneller ist. Drei FPS gerade gehabt, geil. Also wollt ihr was probieren? Ich weiß auch nicht, ob das schneller ist. Bei hinten ist das Devil's, ne? Wenn wir es sonst noch länger brauchen, ist ja auch blöd. Geht die Sonne schon wieder unter? Nachts ist es kälte als draußen, Martin. Krass, wieso geht denn die Schmiede runter? Was ist das für ein Rhythmus hier? Riecht mal lauter, es ist so dunkel. Alter. Ach, schade. Weiß noch? Kannst du das da drüber aufheben? Hinterher geht die zumachen. Jetzt müsste aber langsam, glaube ich, Folgenpause sein, oder? Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vor vier Minuten. Oh, ja, ich wollte gerade sagen. Super! Das war Herr Sino, der Martin und die Alice. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.